Jo und damit, hi meine lieben Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir endlich mal wieder in Call of Duty Black Ops 4 am Start. Denn ich hatte euch ja in den Livestreams immer mal wieder gesagt, dass ich das nach wie vor zocke und immer noch Dark Matter haben möchte. Und dahin ist es leider immer noch ein relativ weiter Weg für mich. Aber ich bleib dran Freunde. Und heute machen wir den nächsten Schritt mit der Warper XKG. Die möchte ich nämlich heute auf Gold bringen, indem ich nur noch 50 Abschüsse ohne Aufsätze hätte. Ich meine klar ohne Aufsätze zu spielen ist nie geil, aber ich komme mit der Warper XKG super klar. Und ja, mehr muss ich jetzt gar nichts sagen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video und vergesst natürlich nicht, falls ihr das noch nicht gemacht habt, neu auf meinem Kanal seid und nichts mehr von mir verpassen wollt, abonniert kostenlos meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Und schaut auch sehr gerne bei mir auf meinen Social Media Accounts, Instagram und Twitter vorbei. Das ist beides unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, ich würde sagen, ich labere nicht länger. Let's go! Alter, Freunde, das war gerade extrem knapp. Ich bin so knapp gejoint. Ich hätte meine Waffe gerade fast nicht ausrüsten können. Aber wir haben sie Gott sei Dank in der Hand. Wir sollten mal schauen, wie weit wir hier kommen. Erstmal den V&P in die Fresse bekommen. Okay, warum nicht? Vor allem das Lustige ist ja nach wie vor Prestigemeister. Heißt nix. Wir verlieren den Kampf. Was zur... Hä? Wo kam... Also, bei der Lobby wird das, glaube ich, ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Boah, Junge. So, Leute. Hasiener im Zwielicht. Das kann jetzt lustig werden. Nein. Alter. Ich habe heute schon mal Beophil gezockt, um mich kurz einzuspielen. Weil es ist halt... Ja, es ist nach wie vor... Oh, come on. Warte mal. Ja, war mir klar, dass es der Tausende ist. Ach. Pisser, Mann. Die Runde wird eklig. Das sehe ich jetzt schon. Ach so. Das ist jetzt auch noch. Oh Gott. Junge, was holen die alles hier raus? Jetzt habe ich was im Auge. Na, super. Tschüss, Junge. Ey. Mit einer Mikro-MG. Fire-Break. Jetzt fehlt nur noch, dass wir alle vor ein P anfangen. Jawohl. Nein. Schade. Oh. Oh, schade. War nicht meiner. Das mitzählen habe ich jetzt schon aufgegeben, weil ich verzähl mich da sowieso ständig. Jawohl. So muss das. Also, neun Kills. 50 brauche ich. Das wird, glaube ich, in der Runde nicht ganz so üppig ausgehen. Ohne Aufsätze ist die Wappa doch nicht so geil, wie ich sie in Erinnerung hatte. Mit Aufsätzen lässt sich einfach jede Waffe hundertmal geiler spielen. Nein. Nein. Ah, veräumt, Mann. Junge, was hat der dabei? VMP? Mit Dark Matter. Wahrscheinlich auch noch mit Griff. Warte mal. Wie oft wollen die jetzt bitte noch diese blöde... Ich weiß nicht mal, was das war vom Fire-Break. Ah, scheiß drauf. Nee, 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 mein Freund. Das kannst du hübsch knicken. Jawohl. So muss das. Ja. Aim ist da. Junge. Ja, ey, machst du nämlich nicht, du Drecksack. Denk nicht mal dran, Junge. Wie oft hat der das, Mann? Das gibt's doch nicht. Der ist gefühlt in 10 Sekunden. Gott. Ja, das war klar. Jetzt kommt der Inspektor ums Eck. Nicht klar. Oh Gott. 20, 16. Freunde, 10 Minuten suchen. Alter Schwede. Also daran hat sich auch nicht viel geändert. Freaker. Nehme ich gern an. Was zur... Nein! Oh Gott. Oh. Oh Gott. Jawohl. Oh. Nein, scheiße. What? Och. Ist das dein Ernst? Och, nee. Och, nee. Oh. Nee, 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 mein Freund. Oh, play. Oh, ich hab Playboy gekillt. Ja, moin. Junge, verpiss dich. Ganz ehrlich. Na. Was ist das? Was willst du? Was willst du? Was willst du? Ey. Mikro-MG's. Schatzschützengewehr. Ähm, Schockdingsda-Boomster. Ich weiß grad nicht mehr, wie's heißt. Und dann auch noch dieser Typ, der... Wie hieß er? Abu Day. Der in dem scheiß Teil mit ner scheiß Snapper gegammelt hat, ey. Im scheiß Arzkorb. Ach. Ne, das ist ein anderer Playboy. Oh, Junge, hätte ich jetzt grad gekotzt, wenn es der gleiche gewesen wär. Junge, Junge, Junge. Aber die Lobby-Suche, die ist grad echt... Die ist echt nicht mehr geil. Weil es spielen zwar noch sau viele Leute, aber es ist... Ich hab mir ja damals schon drüber gekotzt, wie viel man einfach in Lobbys reingesetzt wurde. Die aber schon tausend Jahre gefühlt am Laufen waren. Und ihr wisst, wie ich das hasse, weil... Du bist dann nicht im Flow. Und die anderen halt schon. Du hast da eigentlich gar keine Chance gegen. Ah ja. Da snipet einer. Okay. Oh mein Gott, hat der kassiert? Krass, scheiße. Da bin ich hängen geblieben. Aber immerhin ist es jetzt meine zweitliebste Map. Na komm. Nein, das war nur ein Assist. Wo kam der denn jetzt her? Na moin. Alles klar, Digga. GG. Ja, ich glaub, was ich hier so ein bisschen vergesse mittlerweile. Bei BO4. Ist, dass es sau wichtig ist zu springen. Das ist nämlich ohne... Also, du kriegst ohne schon Kills, aber... Scheiße. Lad nach, Mensch! Oh, Mensch! Yes! Oh je. Ah! Ach ja, war klar. Oh, hi. Nein! Puh, drei Leute und ich werde von Argus gekillt. Ah ja. GG! Nein! Oh. Ich bin davon... Junge. Also, ich muss schon ehrlich sagen. So 50% von den Toten, die ich hier gerade sterbe, werde ich entweder von der VMP oder von der Mikro-MG gekillt. Nice. Nein, 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 nein. Juhu! Junge, heile dich! Holy shit. Ja, doch, die Lobby ist gut. Oha! Sensor einfach geklaut. Na, moin. Tschüss, jetzt geht's ab Hab ich in der Klasse Plünderer? Sieht so aus, ne? Ja, ist ja gut Ich kann grade nicht auftauchen, Mensch Ups, okay, ja Ich war da jetzt nicht dabei, sorry Nein, fuck Boom Scheiße. Ja, waren immer noch zwei, drei Stück. Oh, da ist ein Hund unterwegs. Nice. Jetzt. Ah, schade. Oh, hä? Hat es schon gereicht? Ich hab gesagt, drei Runden. Geil. Oh, da ist ja einer. Ich hatte es gesehen, aber dann irgendwie doch nicht mehr. Das war gerade ein bisschen beschissen. Ja. Aber hey, Goldtarnung. Passt alles. Wunderbar. Ja, ist ja gut. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. So. Ach, Goldtarnung ist jetzt am Anfang nichts Besonderes. Aber wenn man ein paar Kids macht, dann wird's schöner. Oh. MikroMG. Nein, Spitfire. Oha, Spitfire hab ich jetzt schon. Alter, ich weiß gar nicht, weil ich Spitfire bei einem Gegner das letzte Mal gesehen hab, Junge. Ach, scheiße. Glückspilz. Oh. Scheiße. Vor allem, ich hab beim Firebreak eh so ein bisschen den Eindruck, auch wenn's natürlich nicht so ist. Aber es kommt halt einem wirklich so vor, als würde dieses komische Verbrennteil, ich weiß echt den Namen nicht mehr, ich fühl mich grad echt ein bisschen bescheuert, als ob das beim Recon, äh, beim Firebreak schneller laden würde. Das ist so OP, das Ding. Na, es gibt nicht nur meine Mates, Bro. Boah, das hat wieder viel zu lang gedauert. Arrivederci. Oh mein Gott, Leute, ich mach mal mehr Kids nacheinander, hey. Scheiße. Na, fuck. Kaum, kaum lobe ich mich selber. Geht's wieder in den Bergab. Oh, hi. Oh mein Gott, aim. Jupp. Oha. Oh mein. Gegen den Anfangs-Graf. Oh mein Gott. Nice. Oh. Hi. Ach, komm doch her, Junge. Ach, das war, das war der Grafsack, der mich gerade, der mich vorhin gekillt hat. Schön. Nein. Ah, fuck. Och, Junge, er aimt mich sogar ab, der Drecksack. Ach. Wie viel stehe ich? Na, toll. Na, ja, Freunde, waren alles andere als geile Runden, aber wir haben es trotzdem gepackt. Die Goldtarnung ist durch. Jetzt will ich mal ganz kurz wissen, die K... Oh, was, die K-In haben wir auch noch nicht? Oh, hey, das wird noch eine schwere Geburt. Also, ICR hab ich, das weiß ich. Rampart haben wir auch. So, dann haben wir jetzt die Warper. Und wie viele müssen es jetzt insgesamt sein nochmal? Ich glaub, fünf Stück, oder? Es müssten theoretisch fünf Stück jetzt insgesamt sein, weil ich nicht weiß, war die Mardocks... Ne, doch, die Mardocks war auch eine normale. Also, die K-In und die Mardocks brauchen wir jetzt noch. Das wird nicht einfach, vor allem, weil ich bei der noch so viele Kopfschlüsse brauche, aber mittlerweile geht's ja. Ich hoffe natürlich trotzdem, auch wenn es jetzt, wie gesagt, keine geilen Runden waren, aber wir haben es trotzdem geschafft. Ich hab die Goldtarnung und ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Endlich mal wieder ein Black Ops 4 Video, das, womit mein Kanal überhaupt erst entstanden ist. Finde ich einfach immer wieder geil, das zu zocken und auch ab und zu mal einen Stream rauszuhauen. Haut ein Like raus, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, worauf ihr Bock habt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Halt ihr euch steif, lasst krachen, haut rein. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017